Elisabeth Rosen Gilbert ist Lola Montez. Die 1821 geborene Irin gab sich als spanische Tänzerin aus Sevilla in England aus und fliegt 1843 als Hochstaplerin aus dem Land. Nach zahlreichen Affären in ganz Europa begegnet die 25-Jährige, drei Jahre später, König Ludwig I. und wickelt den 60-jährigen Monarchen um den Finger. Und nicht nur den. Eine bildschöne Frau, da brauchst du nicht wundern, wenn der König Ludwig auf die Auge geschmissen gehabt hat. Wie kommt es, dass sie es wirklich auf diesen Krug geschafft hat? Welchen Bezug hat es denn überhaupt zur Wiesn? Ja, der hat doch zum König Ludwig einen Bezug gehabt. Der war ja Ludwig I. von 1846 bis 1848, war der an der Front und hat da dirigiert und regiert. Und vor allem hat er dann Probleme geschaffen, wenn du dann schaust. Da ist der Verehrer und hinten der König Himmels O. Und seine Frau wendet sich von ihm ab und die Kirche wendet sich ab. Peinlichkeit eigentlich und der Löwe brüllt. Also das muss nicht so toll gewesen sein, die Situation mit der Lola Montezau. Wenn Sie schauen, die hat die Peitsche in der Hand. Das war so richtig, wahrscheinlich war es ein Domino oder so. Stadtrat sei Dank. Bierpreisbremse ist Geschichte. Und auch das Lola Montez versuchte immer wieder Geld vom bayerischen König zu bekommen. Eine verhängnisvolle Affäre. Und im Jahre 47, also im zweiten Jahr, wo sie in München war, hat sich der König nicht mehr auf die Wiesn getraut. Sein Fest, das zu seiner Hochzeit initiiert worden ist, und hat, ja, ich weiß nicht, die Anfeindung nicht mehr ertragen und war sauer und wütend. Und im Jahr darauf ist er zurückgetreten zugunsten seines Sohnes. Also Lola hat den König tatsächlich irgendwie zu Fall gebracht. Der Bezug zur Wiesn ist praktisch dieser, dass er nicht mehr auf die Wiesn gegangen ist, oder welcher? Genau, so ist es, ja. Fest steht. Maria de los Dolores Pori y Montez sieht Monachen, Festwirte und Wirtinnen gleichermaßen in ihren Bann. Genauso wie der diesjährige Wiesenkrug. Es verkörpert alles, was man auf der Wiesn braucht. Ein Bier, ein Brezen, gute Stimmung. Die Leute schauen alle happy aus. Also ich muss sagen, mir gefällt er auch gut, weil ich es einfach im Vergleich zu dem offiziellen Wiesenkrug, wo bloß das Plakat drauf ist, einfach einen richtig schönen Krug finde. Der andere ist halt, klar, ein Sammlerkrug, weil jedes Jahr das offizielle Wiesenplakat drauf ist, aber das ist ein richtig schöner Krug, den man sich auch ins Regal stellen kann. Schön ist auch der Deckel dieses Jahr, dass die Schäffler dieses Jahr 500 Jahre werden. Das ist auch da drauf verewigt. Also im Grunde genommen kann man wirklich sagen, ein gelungener Wiesenkrug der Wiesenwirte, wie die letzten ja auch schon waren. Ein salzglasierter Käferloher Humpen also. Dass das Bier einen Schaum besser hält, als wenn es so glatt ist. Da hast du ein Bier von Anfang bis zum Schluss nur auf dem Fenster. Du musst halt schauen, dass du ein Münchner Bier drin hast. Wiesenbier 2017. Zwischen 10,70 Euro und 10,95 Euro soll die Maske kosten. Wir haben heute diskutiert und es ist jeder bereit. Nicht so wie es in der Zeitung gestanden ist, der eine mag, der andere mag nicht. Jeder der Kollegen der Wiesenwirte bietet ein Familiengetränk an in der Preisregion um die 3,50 Euro. Was, das entscheidet der Wirt. Na dann, Prost Mahlzeit! Immerhin, die zum Teil vierfache Erhöhung der Standgebühr zur Finanzierung der Sicherheit auf der Wiesen soll angeblich nicht auf die Besucher umgelegt werden. immerhin, die zum Teil vierfache Erhöhung der Zahl erhöhung ist,